herzlich willkommen in bangkok ja die tour in bangkok wir fahren viel mit dem öffentlichen verkehrsmittel ja so wie mit dem boot mit dem tuk-tuk oder zu fuß gehen oder mit dem privaten auto hier ist unser auto manchmal ich fahre selbst oder mein kollege hier müsste erinnerung ist englisch sprechende reiseleiter war als chauffeur mag er auch ja hier unser wenn für eine familie passt drei vier personen hinten ist für die koffer auch für die rund reise wir fahren mit dem toyota innover werden aber wenn die familie ab vier personen wir fahren mit dem toyota big van maximum mit dem big van bis acht personen ist natürlich ist genug platz für die koffer hinten ja und unser reiseleiterteam ja natürlich alle sprechen deutsch und gut deutsch ja manche kollege war mal in deutschland gelebt und studiert aber viele kollegen die haben deutsch hier gelernt ja aber durch beruflich als reiseleiter natürlich wir sind viel unterwegs mit den touristen und dann wir haben deutsch viel gelernt von die deutschen touristen die erfahrungen sind ja mehr als 20 jahre zum beispiel ich selbst ich war reiseleiter seit 1993 angefangen als englisch sprechende reiseleiter dann danach deutsch ja wir haben alle für die große reis veranstalter gearbeitet sowie der tour meyers will reisen ja ungefähr 20 jahre und noch andere reis veranstalter für toyota und so weiter und erfahrungen mit die also mit kreuzfahrtschiff wir haben erfahrungen schon fast zehn jahre zum beispiel toyota mein schiff oder aida und die andere kreuzfahrt ja und wir können alles auch selbst organisieren ja abholung vom chef nach bangkok ausflug machen und wieder zurück zum schiff ja und zu sicher dass wir sind profi reiseleiter und fahrerteam vielen dank sehen wir uns in bangkok